War das nicht der Aha-Effekt? Da! Hier! Da! Nein! Guck mal hier! Nein! Hier! Hier! Draufdrehen! Hier! Ich will ihn nicht reinbeißen! Hier! Das ist doch so ein Gefängnis! Ja! Ja! Ja, guck mal hier! Guck mal hier! Guck mal hier! Ich dachte, welchen sagst du? Ja! 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 Fein! Ja! Das war jetzt so blöd, dass wir Ja gesagt haben. Manni! Mach mal was Schlaues! Ja! Nein! Manni! Mach mal was Schlaues! Nein! Manni! Mach das doch einmal! Manni! Nein, ich glaube das wird nicht. Was? Du bist doof! Nicke, du bist so ein schlauer Hund! Hier, da! Nein, du bist ein dofer Hund! Hier, guck mal! Hier! Ihr tritt doch mal da drauf! Anni! Nein! 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 Hier, komm mal her! Anni, tritt mal da her! Du bist so blöd Hund! Hier! Nein! Hier! Nein! Nein, nicht wegziehen! Wo willst du es denn mit hinnehmen? Nein! Verstecken! Komm hier! Nein, nicht einbeißen! Nein, nein, nein! Nein! Hier! Also wenn er es so schnell kaputt kriegt, dann hat er schon mal Testen nicht bestanden. Nein! Nein! Wo willst du denn hin? Boah! clerk mal drauf! Wo ist das Wasser? Wo ist das Wasser? しかos da ist nicht zu blöd! Erschreckt er sich nicht! Er ist zu blöd! Ja! Hier! So simpel, ne? Der andere Seite! Nein, nicht die Katzen da! Hier! Komm her! Draufdrücken! Hier draufdrücken! Hier, Bani, komm her! So doof ist er nicht! Bisschen kleiner, doof, aber ein großer! Nein, nicht reinbeißen! Hier! Da! Nein, nicht reinbeißen! Mach dein Spielzeug nicht direkt kaputt? Ja, den Schuh! Ja!